. 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 Ich geb dir auf jeden Fall meinen AVS in Geisha. Ach, was ist denn das so? Hallo. Geiß, ey. Noch einen Spot. Oh Geisha. Bei mir geht auf. Können bei mir aufmachen. Ich hab dir jetzt keinen Thatcher. Oder Bennett, mach den Bennett Trick bei mir. Wir wollen mit Tirmid aufmachen. Ich denke, muss schon was auf? Fenster oder so? Ne, 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 alles zu noch. Westseite ist offen, glaube ich. Westseite sind noch Steps. Er ist auf dem Südbalkon. Kein Innenraum deswegen jetzt noch. Auf dem Nordbalkon, Entschuldigung. Gehen, gehen. Ich hab keinen mehr, fuck it. Gibt's doch gar nicht, ey. Egal, egal. Komm raus, komm raus da. Ich setze Nitro ein. Ja, hab ihn. Oh, das bist du. Sorry, Jäger. Äh, Karao getrennt, Karao getrennt. Brunnen, Geisha. Den kann ich tiefieren. Ja. Gibt's nicht, ey. Wind, Wind. Letzchen, Geisha. Ja, zwei Leute. Es ist mit dir und ich. GG. Nichts. Nice. Äh, Ash hallway. Direkt eng. Ja, Jäger. Kommt jetzt zur Tür. Push. Hä? Nice. Ja, gegen einen, gegen einen. Durch bleiben. Geisha. Äh, Karaoke. Karaoke. Robi. Dings. Am Fenster. Draußen oder drin? Nice. Du schießt bei mir schon wieder mit deinem Puls-Sensor. Ja, ich hab gedacht, ob du den was machst. Du schießt die ganze Zeit mit dem Puls-Sensor. Ich dachte, hä, was machst du? Was machst du, Brevin? Du schießt mit dem Puls-Sensor vor dem. Das ist super. Hast du einen Herzschlag gesehen? Ja. Ne. Toll. Du hast mit dem Puls-Sensor geschossen bei mir. Ich dachte, hä, warum? Du kriegst die... Ja, bei mir ist doch nicht da. Da ist der neue Bug vom Puls. Bei mir ist dein Connecting da. So das Ding gegen den Kopf schmeißen. Ja, das geht immer, ne? Wenn die Moni irgendwann mal aus ist. Oh. 5 Schaden immer gut, ne? So. Oh. Oh. Black-Gild. Es ist ja der erste Bug, der bestimmt schon seit 3 Seasons dran ist. Das ist der mit dem C4, der ist ab und zu mal nicht explodiert. Warum kriegen die sowas nicht auf die Reihe? Lustigerweise ist das... Ist mir das noch nicht passiert. Also ich kann... Also ich hab schon lange kein C4 mehr gespielt. Aber es... Konnt immer zünden. Ich hab's mal... Ich hab's mal... Ich hab's mal... Ich hab's mal... Ich hab's schon echt oft... Ich hab das schon echt oft gehabt. Wir haben mit C4 an die Decke. Oftmals auch... Polo? Äh... Polo? Polo ist das... Polo ist der Polo? Polo ist die Polo? Ja. Polo ist die Polo. Polo ist die Polo. Interessanter First Big, ne? Dasublique von Polo ist der Polo. Ich hab's mal jedoch nicht gegessen... Ah, Flo, was bist... Oh, ja. Wir geh' bestimmt bei Ge discussed Flo, oder? Ja. Aber da ist ein Polz. Hey- Direkt hole Raum vor dem Fenster, die ich da ne? Einsatz in 10 Sekunden Schau mal nach links zum Identifizieren wenigstens, damit wir wissen, ob da was gleich stirbt 5 Sekunden bis Einsatz Bakery Genau Weiter zurück für Gefahrgutbehältung An diesen nordöstlichen Stairs sind 100 pro Fallen und Stacheldraht Man hat's näher jetzt rausgekickt, der Jäger Oben hinten, ähm, kleine Tür Kann da nicht jemand upsafe und dann geh ich mal ins Fenster Ja, da hätten wir beide Bitchmover, so ist, ne? Ja, pass auf, hier sind, äh, dieser Jäger Aha Da hat es Rüstung widerlegt, okay Die Tür in, äh, Karoge, da gerade oben, normal Der ist schon frei Man hat Puls Mach, ich mach das, ja Der ist Der ist schon frei Der ist frei Der ist frei Der ist frei Der ist kein Wiesboden Ähm, Slow Bandit ist unter uns Äh, Oblivion Ich hab da Pushtickle gerne Krippe hoch das kleine Büro, da ist jemand drin verstärkt Wieselwand ist nicht verstärkt Schön Der Puls hängt immer noch hier bei den Trophäen Und bei der, bei den Statuen Mein Gott Kann jemand aufmachen, bitte? Ganz links ist die Batterie weg Das geht Du Geräte haben aufgeschaltet Ja, ich hab's versucht, aber toll ist das nicht Amst du mich ab? Tetschef? Ja 3, 2, 1, go Ich darf ne Granate rein Na, Puls ist ganz unten rausgehüpft Es ist hier erschrocken Was? Ach, Mann Puls war ganz unten, da könnte die Da musste die Treppe Nord-Ost hochgehen Der ist jetzt nur einer Also, uns war eben noch 3 Ja Los, der ist zwar Puls Links, man hört ihn Beide vorne, beide vorne Ja Ping Leider vom eigenen Trupp verbleibt Links Battery, low Richtig, Tür Links und rechts, dicht Ja, wow, super Das haben die geil abgesprochen Das haben die geil abgesprochen Ach, Mann Das war nackig grad Das war wirklich so runterziehen Das war echt stark Ja, dass der Puls mich da unten bekommen hat Wenn ich den gehabt hätte, wäre das GG gewesen Da hab ich reingeschissen, Mann Ja, sowas passiert Alles cool, ganz gut Ja, sowas passiert halt einfach mal Puls ist auch AIDS, das ist unglaublich Weiß ich noch nicht Wait, du erst mal Wollen wir Büro oder Barbecue? Büro, ne? Büro, ne? Sehen wir am Werk? Dann schalte ich Das ist die Müsse Hier ein Puls Gut Hey, der Puls da war echt so scheißnervig die Runde, ne? Die Frost hat mich so angest Und dann mal Valkyrie auf den Stairsnetz Du hörst den Penner auch die ganze Zeit, ne? Du weißt echt nicht so Kannste engagen, kannst du nicht Wollen wir auf den TX Dann mal nicht Ich mach dich mal auf den TX Ich mach dich mal auf den TX Ich mach dich mal auf den TX Das Gerät ist aktiviert. Ja, ja. Ich hau hier nur die Fenster mal an. Einmal Redskin, das sieht schon geil aus. Der Mann schwingt sich rein. Da machen wir. Ja, Sniper ganz weit weg. Nordfenster. Oben bei den Büros. Der ist auf der Tower. Torfruim, Fenster ist offen. Wahrscheinlich auch der Sniper von seinem Tower hinten, ja. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt. Thermet will vorne auch... Ne, doch nicht. Thermet geht an das Fenster hier. Hier gehts weiter. Burner. Shimmer auf den Tower. Shimmer auf den Tower. East Balcony. Guck mal, Glass wasted no time da hinten Bekannt, aber ich glaube nicht, nein Ich spiel, kenne hier aber viele Steps Plus Repeller Damit mach die Wand auf Ich weiß nicht, warum ich den gehen soll Ich schalte das Strollfreer-Room-Fenster Da wäre ich gerade ein Problem, ne? Drei sind Osten Wo ist einer? Wo ist der andere? Klämen wir uns vor dem Fenster bei Nord-Ost Okay, drei Osten, einer Treppe Drei Osten, einer Treppe Sniper repelled, Ostseite Nach oben Sehr guter Smoke, danke Der ist da Gut Nicht rausspringen da, da ist der Claymore Wo? Wo? Nord-Ost Genau Genau das Fenster Jawoll, Fein, jawoll Fein, schön Ich dachte, man weißte, einfach mal ein bisschen schießen So als Fleischschild dahinten, dass er die Time wasten muss und nicht rein kann Oh man, sehr geil Sieht lustig aus, der weiße Skin auf der Pumpkan Ja, ich hab irgendwie auf der Account Nummer orange Und ich weiß, dass wir nicht sitzen Büro haben die gewonnen, das heißt, jetzt gehen die Tee Wir müssen auf jeden Fall Tee einnehmen Gäscher meinst du? Gäscher, wollte gerade sagen Tee einnehmen wäre auch ganz schön Nehm ich auch so, klar Sorry Der Gäscher-Take ist klar Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren Mh, man hört sich schon Ähm, pass auf, ich glaub, dass die Spawnpick ein Helipad machen wollen Aus dem Balkon rauslaufen Ach Pass auf, München mal auf, drängen an Treppen Schon down Ähm, Ventilations Spawn Ventilations? Ventilations Spawn war wirklich schlauer 10 Sekunden ist Einsatz Noch 5 Sekunden Mute hat schon einmal geschrien, der ist auf 90 Standort des U-Befahrungsbehälters unbekannt Sie finden den Bio-Befahrungsbehälter Ja Ich hoffe nicht, dass sie da zu verliegen Ich hoffe nicht, dass sie da zu verliegen Machen wir das Ding auf Ja Das war unten Jäger unten Ich hoffe nicht, dass sie da zu verliegen Machen wir das Ding auf Also Nordstair, Stacheldraht plus Volt, also Schild Also da wird sie nicht reinkommen Schild auf Wir machen Wendetrick Okay Okay Jetzt muss sie aufmachen Okay Jäger ist im Flur Okay, we're okay Bitte? Du musst sie aufmachen Ich krieg das nicht auf Ja, das ist auch Zünd einfach, zünd jetzt einfach Zünd, zünd, zünd Weg da Weg da Weg da Weg da Wachen Wun rein Wun rein Wun rein Wun rein Setze Drohne ein Okay In Karaoke Spielt niemand Hat dera schon gefressen von euch? Die haben Karsel Haben wir ne Ash? Haben wir ne Ash? Ja Wir brauchen ne Ash Einer liegt im Raum Im Safe-Spot Wenn ihr reingeht Rechte Seite Wo ist das? Karaoke frei Blockiert 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 Warte, ich versuch den Jammer irgendwo da raus zu popeln Haps Kann Auf, mach ab Jo, geht auf Wir machen das mit der ähm Karsel Bandit Karsel Schild Karsel Live-Bring Bandit Ja, hab ihn Gut Jut lag im Raum Wie gesagt Aber es fehlt noch einer Ein und rechts im Safe-Spot, ja Aus Karsel 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 das war doch sexy aber Twitch Drohne macht schon echt Spaß das ist schon ganz geil ich hab letztens Video gesehen wo Twitch noch eine Twitch Drohne hat und eine normale Drohne das fand ich halt auch nicht schlecht bisschen alt der Content ja sicher noch länger als eine Stunde wenn wir noch streamen Flohne dann kein Problem Egal mach mal deine Geräte nicht daran sondern spring mal hier drauf und pack dich hier oben dran da wird die keiner mehr finden ich bin Stuck die Option müsste ich bitte mal injuren warte wir sind nicht mehr lasst mich abgeschwäst ja abholt los die Wand ist befestigt wie viel hast du? 4 Leben, C4 bitte abwerfen bitte mit C4 abwerfen ich wechsle das Magazin ich stehe da auf dem Boden, Alter danke, Mann jo, kann ich jemals tun nur noch aber ist sie down? ist sie down? ist sie down? boah, ich hab auch nicht in der Schuhe jetzt schrone will mich haben Gerät wurde aktiviert ja, 3 Helps, ich geh auf tschau hello hehehe 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 hat keine Ahnung was machen neun Weg ich lade neue Magazine ich hab da war eine absolut crazy Idee man ich werde nicht unterstehen also geh nochmal in deine Ecke ja ich hab ihn ab ich hab ihn ab ich hab ihn ab warte soll ich es aufschießen? warranty fehlt vor ja mach mal, mach mal oh, geh weg geh weg, geh weg ne ne, reicht schon, reicht schon ist da noch so ist schon oben drin, hast du ja ledig gut äh, Switch, kommt über Drums ach, Mann, was? nein, Leute ich wollte ja noch durch das Fenster Kamera lebt leider nicht mehr auf den Stairs ist auf den Stairs welche Stairs? nein genau diese Stairs ah, fuck it ne, die waren nur auf den Stairs manche wurde schön ausgedrowned, geil fuck war ich das, was ich dann hatte das ist auch am Schluss, Leute ja 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 er schießt hier hinten drin im Klo, oder was? nein, die Bits nicht aus oh really Lull, ist die reingerusht. Ist bei den Tables, bei den Tables, bei den Tables. Ah, fuck, der Gefahrgut. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Ich hatte überlegt, mal C4 zu tossen ins Klo. Und dann wusste ich nicht, ob er da ist oder nicht. Und dann... Ja, ich habe sie nur im Moment gesehen, dass sie da jetzt... ...können rein geht. Und dann hat sie genau den Moment genutzt, um mich dann wegzurschen. Ja. Lull, waren wir schon so lange da oben, dass sie schon da sein könnten? Keine Ahnung, haben wir das gemacht. Weil wir müssen gewinnen, sonst Overtime, ne? Jupp. Hat sie eine Claimer dabei, ne? Nämlich Preachagement. Ich habe eine Claimer. Ich auch. Gut, dass du gerade sagst, jetzt habe ich auch immer die Claimer eingepackt. Jetzt haben wir nur Claimers. Ich habe eine Blutstarge, okay? Sehr gute, ja. Ja, wenn die eh wieder mit ihrem Castle-Scheiß-Trick da kommen, dann... ...machst du mit den Dingern auch nichts. Ich stehe jetzt frei. Schlafzimmer. Ding ist, wenn du eine Kanada hast oder eine Aesch. Echt? Laufen. Eissab, Mann. Jo, Flo, lass mal die Bagation wieder gehen, oder? Ja. Mal machen. Castle oben. Oder Buh, Buh. Wenn die halten eh um, dann lass mal über Drachen gehen und lass da die Wand aufmachen. Das heißt, Neko, wir brauchen dich auch. Das sind die nicht. Achso, die sind... Schlafzimmer. Schlafzimmer. Ja, wenn die oben sind, dann die Streamforce-Bände aufmachen. Ansonsten brauchen wir euch. Oben sind nur Castle-Bände bis jetzt. Fünf Sekunden bis Einsatz. Ja, gut, ne? Oh, springt wieder runter. Okay. Wir haben eine Jena-Spawn-Pick. So. Okay. Ein Spawn-Pick. Oh, kommt noch. Haben die wieder Mute? Nix von gehört. Aber die haben einen SAS-Pick. Ich glaube, es war ein Smart. Okay, das Fenster ist ab. Mach hier auf, wir halten auf. Büro ist... Wenn wir durch Geisha gehen. Wird schon rausgeschmunk. Die Glo... Der Dropper ist... Holy shit, Entschuldigung. Lass... Mach nix, cool. Weitermachen. Team... Team gewinnt, Team gewinnt. War etwas erschrocken. Alles cool, Team gewinnt. Der Dropper ist zu, Jungs. Loll, was? Ich fahr mit der Drohne mal rein. Ich werde jetzt durch Geisha gehen. Hau mir hier... Stairs. Einer ist auf Stairs. Valkyrie war auf Stairs. Leck Eye. Levin, wo bist du jetzt? Raha oder Geisha? Rache oder Ruhe nicht. Okay, dann komm ich. Pumcron kommt. Pass auf, Volksheld. Pumcron kommt rausgerusht wahrscheinlich. Ja, es ist Smoke over Treppe. Smoke over Sairs. Hat sich noch ein Schuss von mir gefangen. Oh, ein bisschen Lärm. Wenn er pusht, dann habe ich den hier. Einer oben, da? Kassel ist noch hier. Ja, nee, nee. Hab ich gesagt. Kassel ist noch hier. Ja, gut, so. Ich habe es nicht verstanden. Kassel oben. Er ist auf den Stairs. Er ist nicht... Smoke, kommt hoch. Smoke, kommt hoch. Alter, lass mal kurz. Kassel. Ich habe für dich gesehen. Eigentlich war das lächerlich. Schon wieder. Ja, frisch aus. Smoke, tutsch. Kassel rennt halt oben rum, ne? Na ja, der hat nichts mehr. Fünf HP oder so. Ja. Ein Feind mit der Zwitsch-Tone. Leider bei der Weg. Ich weiß, wer genau der Fall, ne? Gleich geht er fliegt los. Hast du da Troubles zu, oder was? Ja. Nee, den hat doch die Barna gerade aufgenommen, oder? Ich weiß nicht, ob ich den noch aufgepricht habe. Weiß ich nicht. Ja. Nein, der ist zu. Ist zu. Den behält er sicher. Jürgen. In die Ecke und ähm... Jo, kill, kill. Was? Ich habe Valkyrie nicht gekillt. Ey, da ist ja noch in den Claymore gelaufen. Das war der, das war der Dingens. Nein. Immer dieses scheiß Bild. Nein. Ich dachte echt, das wäre die voll scheiße. Fuck. Alles wird gut. Oh nein, du wild bist. Ach man. Ich dachte echt, ich hätte die Valkyrie geheadert weiß, aber da ist einer einfach in die Claymore gerannt. Ich habe halt den Hitmarker bekommen. Ich so, oh geil. Kill, kill. Weißt du? Und ja, genau. Ich sehe dann schön den Claymore kill oben rechts. Bei Welt. Gefahrlich und wild. Junge. Du guckst das bestimmt jeden Abend, oder? Ja, Alter. Alle, alle. Die Filme gibt es da. 19? Will ich nicht. Dann hörst du dir bestimmt noch die CD an. Ja, Mann, Alter. Das Hörbuch ist das Geiste. Ohne kann ich nicht einschlafen. Ja, sitzen im Holo. Sitzen im Holo. Und, was? Holo. Okay, jetzt lass die Matas jetzt hin. Fert jetzt. Grafe auf, Lachen. Ja. Was machst du auf Drums? Lachen. Ja, lass mal Lachen. Lachen ist gut. Lachen finde ich schön. Oh, Mann. Hallo. Basler in Richtung Barbe... Ne, Puls in Richtung Barbeque. Was will er denn da? Warte mal, den hole ich mir. Doch, wo? Ankündigung, Jungs. Dankeschön. Ja, mit Klappst du nicht. Wenn es nicht ist, Jungs, war es. Erlaubnis zum Angriff. Küchenfenster, glaube ich. Ohne, habe ich jetzt falsch gepokert. Nordwest Stairs, glaube ich, Steps. Die Reinforcen gerade. Ja, ich mache, ich kriege den. Hallo. Vorsichtig, ich mache alles. Ich will auch da. Jäger, hier vorne. Nico, kann ich auch machen? Capcom bei Drums. Alter, ob wir fehlen! Ist injured. Lade, Magazin! Gut, Capcom Drums, Capcom Drums. Nico, schon richtig, der spitze. Alter, was ist das? Wann da auch? Da war gebringt, da war gebringt. Nur Capcom, wenn du drommelst. Nur Capcom Drums, Step. Capcom Trap ist da. Nach den Traps werde ich mich mal erkundigen, hier. Hier erstmal keine. Ich weiß, wenn ich aufmachen kann. Capcom liegt da. Ich weiß nicht wo. Ja. Komm auf, Achtung. Oh, fuck. Ich habe deinen Kopf nicht getroffen. Ist rechts immer noch in Drums. Das ist überhaupt nicht meine Runde, ey. Das ist auch nicht ganz gut. Puls, live ping. Capcom ist links von Nico. Nico, guck mal durch das Fenster. Rechts von dir. Da war Capcom. Da bin ich's. Da bin ich's. Was hat Capcom getroffen? Ja. Da ist Puls drin. Pass auf, Thatcher. Schön. Schön. Capcom immer noch stairs. Äh, drum. Drum, drum, drum. Ist immer noch drum, drum, drum. Links neben der Drum direkt. Ich droh ihn aus, locker bleiben, ich droh ihn aus Wo hängt er denn, wo hängt er denn Ah, der ist, der ist, der ist, ja, beim Büro, beim Büro Vorne, 80, Borlecht muss covern, Borlecht muss covern Er pusht von, äh... Ne, linke Tür, linke Tür So schön Alter Schwede Ich bin eigentlich dritter, aber Nico zweiter Also Nico zweiter wäre berechtig, aber ich bin dran Fündig und? Ja So zwei Buddy-Schutz hätten gereicht, der war schon halb durchgeschockt Durch oder was? Der war, der war, der war, der war Medium, der war Medium Down Down Jetzt spiel ich aber nicht nochmal Valkyrie, da war ja eben der, der größte Schuss in den Ofen, Alter Boah ey Flo, wollen wir das mal ausprobieren, mit so einem Angle Von On-Spot, mit einem, dass das jemand mit dem A-Cock abämmen kann, dieses Fenster Oh, gute Nacht Selina, schlaf gut Ja, gute Nacht Was? Was? Ich wollte jetzt, ich wollte jetzt dann eigentlich noch ein Bierchen trinken, ehrlich Ja, ein bisschen Zielwasser kann ja nicht schaden, oder? Zielwasser Ja, ich bin nach der Runde dann raus Nein, nein 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 Nein, das sind sie ganz bestimmt nicht Du weißt, wie das läuft, Nico Ja Ich bin dann betrunken um 5 Uhr in der Prügelertal Ja, gut Hey, ich treffe wieder Drohnen Die Hand ist sicher Wo willst du den Angle haben? Ich weiß es nicht, weil der Ehrstabschlänger hat Ja, in diesem Lände dürfen dafür nicht ziehen Ich glaube, der wird schon eine Böhmer auf uns zu sehen Da fehlt ein, äh, Brenner Bord Warte mal Warte mal Warte mal, ein Jäger-Tool für mich Wäre echt sexy Warte mal Wollen wir das nicht zum Zuh machen? Nein, 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 ich stelle meinen Händen auf Nein, nein, ich stelle dich beim Händen auf Nein, 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 ich stelle dich beim Händen auf Nein, 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 ich stelle dich beim Händen auf Nein, 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 nein Lass uns das mal wieder ausprobieren Irgendjemand mit ARCOX Der Kog Kaffeldraht ist ausgelegt Kfegt, er hat ihn Kfegt, er hat ihn Kfegt, er hat ihn Er ist damit aufgeschossen Er ist, konzentriert euch erst mal Hattoman Wer ist denn hin? Wer ist denn hin? Bei mir wollen sie wieder auflaufen, meine Mann. Ash im östlichen Garten. Mir gefällt das noch halt überhaupt nicht. Wechselmagazine! West Balcony, für Karaoke. Das wird repelled. Ja, die kommen alle bei mir wieder geil schon. Ne, 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 aus World Office kommt jemand. Da ist ein Monty hier. Wurde ausgedrohnt. Ich hab die Warnung. Ich habe Nitro eingesetzt. Warte! Da kann man Off-Engle hinlegen. Ganz entspannt. Frontanje on ping. Und noch einer. Okay, also können nur noch drei Leute schießen bei denen. Nein! Nein! Ah, ich hab's zu spät, Scheiße. North East. Jungs, einer von der anderen Seite. Aua. Dort Seite. Einer. Ich werd von Karaoke. Ich bin hier gefahren. Bitch, aim ich von Karaoke ab. Frontanje Skysche. Tür hinter dir. Warte, bleiben wir doch erstmal hier drin. Warte, bleiben wir doch erstmal hier drin. Warte, bleiben wir doch erstmal hier drin. Kann man sortieren. Hallway. Bitch, peek hallway. Monty ist immer noch hinten drin. Monty ist immer noch hinten drin. Kommt rein. Stairs. Ja. Nice, sehr schön. Stairs oder Geisha? Monty. Monty ist drinnen. Monty ist drinnen. Monty ist drinnen. Den Bio-Gefahrgut-Behälter beschränkt. Einer ist drin. LOL. Was ist mit mir los, ey? Was ist mit mir los, ey? Schilds? Was ist grad? Really? Ja. Dein Schild ist weg und er knife nicht. Alles klar. Lassen kommen. Flur, 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 flur. Monty. Besser Monty. Komm, komm, komm. Ja komm. Ja. Los. Ja komm. Ja. Mö, nix-o. Fack, ab. D-Wild, blöd. Warum hat er jetzt eigentlich seine Verbindlich gesagt? Alter, naaa. Alter, naaa. Alter, naaa. Oh my god. Bis zum nächsten Mal.